ARD Text im Auftrag von Funk Ja, das wird immer schlimmer. ARD Text im Auftrag von Funk Er will auch durch die Rohre gezogen werden und eingepackt wie ein Weihnachtsbaum. Reichi, komm, probier das mal. So, schau da. So. Eingepackt wie ein Weihnachtsbaum. Das sieht komisch aus. Man tastet die Schublade auf. Oh, ist ja schon leer. Hey, komm, bleib nur da. Barry, komm. Hoi, hallo. Hallo, hoi. Hey. Geht's dir gut, oder? Wo jetzt? Wahrscheinlich braucht es etwa 15 cm Wasser. Nein. Nein, Nataschen darfst du jetzt ganz sicher nicht in das Land. Wenn dort gleich ein Bär schlafen. Ah. Ah, dort ist ein Bär. Ja, das sage ich. Von dem redet ihr die ganze Zeit. Hallo? Ich realisiere nichts. Komm. Dann machen wir uns total aus dem Stolp. Warum hast du Angst, richtig? Von was? Von Bär. Ja. Vom Bär? Ja. Ja, hey noch mal. Ja. Ja. Wir wohnen halt an einem Ort, wo es Bären hat. Und da ist das so. Ja, ja. 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 Kommen wir mal hierher. Denn er hat in Christine eine Frau gefunden, die das Leben in der Wildnis genauso liebt wie er. Ich würde es fast philosophisch sagen, jetzt ... Jetzt konnte ich mir eine Bestimmung zugeführt werden. Hier, das wird immer schlimmer. Du siehst es jetzt noch nicht. Ich sitze da oben. Das sieht aus wie South Douglas. Da ist alles rum. Da ist alles rum. Ich nehme mir noch die Tankmost, laufe gegen meinen Bagger runter, gehe schauen, wie das ist, und dann höre ich auf. Das hat keinen Wert. Das ist ... Da hier. Das war ein Wald. Jetzt weiss ich, warum das letzte Nacht auch wegkroset und kracht und klebt. Leg mit. Oh ja. Hm? Sieht ihr eins zum Daddy gekommen? Gell? Ja. Dann essen wir als Nummer eins. Das macht nichts an mit dem Loch drin. Das hat mir das ganze Leben lang geträumt von dem du. Die haben nicht einmal Würme. Die haben nicht einmal Würme. Das ist einfach doch gerade ein bisschen zu viel. Halt! Ja, das siehst du nicht alles vordranne, oder? Der verdammte Affart, mir mein Böckchen erratzt. Geht das eigentlich noch so? Schönen, schönen, feissen Saibling. Schau mal. Hei noch mal, du. Komm, gib ihm eins. Das ist doch hier drauf. Ich habe gesagt, hier. Nein. Näh hier. Was bin ich? E beer. Bis zum nächsten Mal.